Hey Friends, ich dachte es wird mal wieder Zeit, euch bei meinem neuen Auftrag mitzunehmen. Und zwar ist das zufälligerweise nicht nur etwas, das für den Kunden persönlich ist, sondern auch irgendwie für mich persönlich. Das Motiv ist nämlich zufälligerweise etwas, worüber ich schon ewig nachgedacht habe und was ich schon immer mal umsetzen wollte. Wir haben uns dann darauf geeinigt, das Ganze mit den Maßen 1,40 x 1 Meter umzusetzen, und zwar diesmal ein Querformat. Und es sollte in der Goldoptik sein mit den Tropfen. Dann habe ich auch direkt angefangen und wenn euch das Endergebnis interessiert, dann macht das bloß weg.